Wochenende Ich steh auf, ich geh jagen Ich liebe Spur, ich liebe jagen Wochenende, Wochenende, Wochenende Oh, wie schön ist das Wochenende Ich frühstücke und trinke meinen Kaffee Ich lerne gerne Deutsch Ich habe Zeit, ein Wochenende Wochenende, Wochenende, Wochenende Oh, wie schön ist das Wochenende Ich besuche meine Freunde und wir gehen zum Konzert Am Abend grillen wir zusammen und essen lecker Bratwurst Oh, wie schön Wochenende, Wochenende, Wochenende Oh, wie schön ist das Wochenende Samstag und Sonntag, endlich Wochenende Was soll ich nur machen an meinem Wochenende Ich steh auf, ich geh jagen Ich liebe Spur, ich liebe jagen Wochenende, Wochenende, Wochenende Oh, wie schön ist das Wochenende Ich besuche meine Freunde und wir gehen zum Konzert Am Abend grillen wir zusammen und essen lecker Bratwurst Oh, wie schön Oh, wie schön Am Montag muss ich früh zur Arbeit gehen Am Dienstag fahre ich, fahre ich zum Strand Am Mittwoch, am Mittwoch fahre ich zur Schule Und am Donnerstag spiele ich Tennis Am Freitag kommt mein Freund Maulis, Juju, hey, Freitag Und endlich ist das Wochenende, Wochenende da Am Sonntag werde ich zum Konzert, Juju, hey, Konzert Am Sonntag gehe ich dann einkaufen Und dann ist leider wieder Montag, Montag, Montag Montag, Dienstag, die Woche, Donnerstag Weil dann das Wochenende Samstag, Sonntag Es kommt der Montag, 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 Montag Und dann ist das Wochenende Samstag, Montag, Montag, Montag Und dann ist das Wochenende Samstag, Montag, Montag Und nach dem Sonntag geht es dann von Vormenlos Vormenlos Am Montag muss ich früh zur Arbeit gehen Am Dienstag fahre ich, fahre ich zum Strand Am Mittwoch, am Mittwoch fahre ich zur Schule Und am Donnerstag spiele ich Tennis Am Freitag kommt mein Freund Maulis, Juju, hey, Freitag Und endlich ist das Wochenende, Wochenende da Am Sonntag werde ich zum Konzert, Juju, hey, Konzert Am Sonntag gehe ich dann einkaufen Und dann ist leider wieder Montag, Montag, Montag Montag, Dienstag, die Woche, Donnerstag Und dann ist das Wochenende Samstag, Sonntag Es kommt der Montag, 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 Montag Und dann ist das Wochenende Samstag Da nach dem Vormenloch, dann ist das Wochenende Samstag Da nach kommt Freitag, Montag und Sonntag Und nach dem Sonntag geht es dann von Vormenlos Was macht Aisha? Luis fragt sie Entspanne dich und höre zu Aisha, wie sieht ein normaler Tag aus? Ein normaler Arbeitstag, Luis? Ja, was machst du? Ich stehe um 6 Uhr auf Ich frühstücke Gut, gehst du joggen? Nein, ich gehe nicht joggen Ich bringe Jack und Sophia in den Kindergarten Du frühstückst nicht mit deinen Kindern? Nein, meine Kinder frühstücken im Kindergarten Wann bringst du deine Kinder in den Kindergarten? Ich bringe meine Kinder um 7.30 Uhr in den Kindergarten Du gehst arbeiten? Ja, ich arbeite als Sekretärin Du arbeitest als Sekretärin? Ja, ich arbeite im Büro für ein paar Stunden Und dann? Ich arbeite für Babelia Danach hole ich die Kinder vom Kindergarten ab Ah, ich verstehe Ja, wir essen Abendbrot Ich spiele mit den Kindern Wann gehst du ins Bett? Ich gehe um 10 Uhr ins Bett Ich bin sehr müde Das war Aishas Tag Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.babelia.us www.babelia.us Was hat Luis gemacht? Aisha fragt Luis Entspanne dich und höre zu Luis, was hast du heute gemacht? Oh Aisha, ich habe sehr viel gemacht Ja? Ich bin um 6 Uhr aufgestanden Ich bin joggen gegangen Oh, sehr sportlich Ja, ich liebe Sport Danach habe ich gefrühstückt Was hast du gegessen? Ich habe Müsli gegessen und Kaffee getrunken Ich bin zur Universität gefahren Ah, du bist ein guter Student Ja, ich mag die Universität Nach der Uni bin ich ins Büro gefahren Du hast gearbeitet? Ja, ich habe gearbeitet Ich habe bis 18 Uhr gearbeitet Wann hast du zu Abend gegessen? Ah, ich habe um 19 Uhr Abendbrot gegessen Was hast du gegessen? Ich habe ein Brot mit Wurst und Käse gegessen Lecker Ja, sehr deutsch Ich habe auch einen deutschen Dokumentarfilm geschaut War der Film gut? Ja, der Film war sehr gut Ich habe viel gelernt Super Das war Luis' Tag Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.babelia.us www.babelia.us Aisha hat Urlaub Sie hat zwei Wochen Urlaub Entspanne dich und höre zu Ah, Aisha Endlich hast du Urlaub Ja, Urlaub Zwei Wochen Urlaub Was machst du im Urlaub, Aisha? Oh, Luis Ich schlafe Ich bin sehr müde Ich fahre mit den Kindern zum Strand Sehr schön Ich liebe Urlaub Ich bin faul Ich mache nichts Fährst du nicht in Urlaub? Nein, Luis Ich fahre leider nicht in Urlaub Ich habe kein Geld Ach, das tut mir leid, Aisha Das ist kein Problem Ich lese Und ich spiele mit den Kindern Was lest du, Aisha? Ich lese die Nachrichten Ich lese die Nachrichten im Internet Ah, interessant Schaust du auf Filme? Ja, ich liebe Dokumentarfilme Ich liebe Dokumentarfilme auch Das war ein Dialog Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.babelia.us www.babelia.us Was macht Luis morgen? Aisha fragt Luis Entspanne dich und höre zu Hallo Luis Wie geht es dir? Hallo Aisha Mir geht es sehr gut Wie geht es dir? Ausgezeichnet Luis Hast du morgen Zeit? Nein, Aisha Ich habe viel Arbeit Was machst du? Ich muss um 6 Uhr aufstehen Ich gehe joggen Wie lange joggst du? Ich jage 2 Stunden Ich trainiere für einen Marathon Sehr gut Sehr gut, Luis Ich muss zur Universität Ich muss um 14 Uhr ins Büro Ich muss am Abend Deutsch lernen Du hast viel Arbeit, Luis Du hast keine Zeit Das ist sehr schade Ja, ich habe sehr viel Arbeit Warum fragst du Aisha? Luis Ich habe 2 Karten für die Rolling Stones Leider hast du keine Zeit Was? Du hast Karten für die Rolling Stones? Ich habe Zeit Ja Möchtest du mit mir zum Konzert? Ja Ich habe Zeit Sehr gut, Luis Luis ist sehr glücklich Sie gehen zum Konzert Luis tanzt Er liebt die Rolling Stones Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Du übst Vokabular Du sprichst Sätze Du wiederholst die Uhrzeit Wann steht er auf? Wann steht er auf? Er steht um Viertel vor sieben auf Er steht um Viertel vor sieben auf Wann lernt sie Deutsch? Wann lernt sie Deutsch? Sie lernt um 15 Uhr Deutsch Sie lernt um 15 Uhr Deutsch Wie lange kannst du parken? Wie lange kannst du parken? Ich kann 25 Minuten parken Ich kann 25 Minuten parken Wann machen sie Pause? Wann machen sie Pause? Sie machen um 12 Uhr 4 Pause? Sie machen um 12 Uhr 4 Pause Sie machen um 12 Uhr 4 Pause Wann fährt der Zug? Wann fährt der Zug? Wann fährt der Zug? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Was machen sie gern? Du wiederholst die Hobbys Wiederhole nach mir Sie schaut gerne Filme Sie gehen gerne Spazieren Sie gehen gerne Spazieren Er geht gerne Spazieren Er geht gerne Spazieren Er geht gerne Spazieren Sie kochen gerne Spazieren Sie kochen gerne Spazieren Sie kochen gerne Spazieren Er geht gerne Spazieren Er wandert gerne Spazieren Er wandert gerne Spazieren Er wandert gerne Spazieren Wir spielen gerne am Computer. Sie hört gerne Musik. Das war's zu den Hobbys. Gut gemacht! Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us Du übst das Verb Machen. Machen ist ein regelmäßiges Verb. Du übst das Perfekt. Wiederhole nach mir. Ich habe gemacht. Ich habe gemacht. Du hast gemacht. Du hast gemacht. Er, sie, es hat gemacht. Er, sie, es hat gemacht. Wir haben gemacht. Wir haben gemacht. Wir haben gemacht. Ihr habt gemacht. Sie, sie haben gemacht. Sie, sie haben gemacht. Das war das Verb Machen. Gut gemacht. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Du übst das Verb Machen. Du übst das Verb Machen. Machen ist ein regelmäßiges Verb. Du übst das Verb Machen. Wiederhole nach mir. Ich habe gemacht. Ich habe gemacht. Ich habe gemacht. Du hast gemacht. Du hast gemacht Er, sie, es hat gemacht Er, sie, es hat gemacht Wir haben gemacht Wir haben gemacht Ihr habt gemacht Ihr habt gemacht Sie, sie haben gemacht Sie, sie haben gemacht Das war das Verb machen Gut gemacht Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Du übst die Tageszeiten Am Vormittag arbeite ich Am Mittag esse ich Pizza Am Nachmittag kaufe ich ein Am Nachmittag kaufe ich ein Am Abend gehe ich mit dem Hund spazieren Am Abend gehe ich mit dem Hund spazieren Das war's zu den Tageszeiten Gut gemacht Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Du hast eine Woche Urlaub Was machst du? Du wiederholst die Wochentage Du wiederholst Fragen Wiederhole nach mir Montag 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 Gehst du zum Strand? Gehst du zum Strand? Dienstag Dienstag Spielst du Tennis? Spielst du Tennis? Spielst du Tennis? Mittwoch 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 Istst du im Restaurant? Istst du im Restaurant? Donnerstag 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 Gehst du zum Fußballspiel? Gehst du zum Fußballspiel? Freitag Freitag Gehst du zumóns Gehst du zum Konzert? Samstag Samstag Gehst du ins Kino? Gehst du ins Kino? Sonntag Sonntag Triffst du Freunde? Triffst du Freunde? Das war's zu den Wochentagen. Gut gemacht! Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us